Hallo Leute und willkommen zu einer langes ist her weiteren Folge von Riders Republic Messrace alter, es ist Ewigkeiten her und ich hab die Steuerung nicht mehr ganz drin Bin eben ein bisschen rumgefahren aber halt nur mit Inlinern, äh mit Inlinern, mit Skiern Aber jetzt mit BMX und so, ach keine Ahnung Okay Weiß auch nicht ob es neue Maps gibt Schöner Tag für einen Massenstand! Jetzt wird es hier wild zugehen! Ach du Heilige, ich hab voll vergessen! Ficken Okay Jetzt gehen wir hier ins Eck Ja Ich hab jetzt auch nicht erwartet, dass ich nach Ewigkeiten Jetzt hier gleich 1. Werde oder sowas Ja, ich hab einfach mal, dass ich Im Gesamt, äh In der Gesamtbewertung nicht so weit unten bin Äh, äh In der Gesamtbewertung nicht so weit unten bin Jetzt wird mal bloß nicht weg! Das kann ich nämlich auch! Mach Tempo und hab die anderen Athleten, Baby! Da hat sich jemand aber schön ausgemicken gelegt Wuhuuu! Wir sind mit rechts! Dann zeig mal was du uns noch zu bieten hast! Oh nein! Ach du Heiliger! Okay Und das macht mich mit Abstand zum Letzten Ich kann mich an die Stelle einladen! Ich glaube, hier war ich oft mal am Reinscheißen Ist ja gerade jemand rumgelaufen aufgefahren Das Massenstartrennen führt zu einem Sturm! Genau so mag ich das! Wuhuuu! Reckte lieber Sturm! Ah, das gibt es doch nicht! Wie viel Pech kann ich denn haben? Ich glaube, man musste mindestens Platz 20 sein, um zwei Sterne zu kriegen! War das so? Glückwunsch Nummer 1! Das war die Ziellinie! Na komm, 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 komm! Ja, wenn Nummer 1 jetzt schon ein Ziel ist, komme ich wahrscheinlich nicht mehr an! Na komm! Uuuu! Knappe Küste! Da kommt doch mal! Ah, man muss ja mal ein Ziel! Aber mit Abstand! Oh mein Gott, alter war das knapp! Das war wirklich... Nächstes Mal schaffst du es! Wuhuuu! Nächstes Mal schaffst du es! insgesamt ja der ane drei sterne sogar wenn man 25 ok 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 ja dann mal schauen vielleicht könnten wir uns noch ein bisschen höher mal schauen ich muss das mit angelo auch mal wieder spielen das war noch eine gute runde jones malt schlagabtausch wintersport luftsport an die raketen wenigstens wird Stell dich klüger an, aber gib auch Gas. Aufs Tempo, wenig Widerstand. Ok, 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 relativ einfach, aber das ist jetzt aber auch viel an. Deswegen kann ich hier nicht viel aufholen. Direkt mal springen. Es gibt noch genug Zeit für die Jacht. Ok, den kann ich nicht mehr nehmen. Oh, das gibt es doch nicht. Ne, ok. Was ist denn jetzt los? Ja, oh, alter, schlechter geht es nicht. Klar, das ist seit Ewigkeiten keine Ahnung wie viel im Mond... Ich kriege hallo? Seit Monaten mal wieder eine Runde, die ich spiele. Aber... Ok, jetzt wird es lächerlich. Ja, ne. Ganz ehrlich, ne. Ich dachte schon, dass ich... dass ich auf jeden Fall schlechter bin als damals, aber... Das... Das ist ja wirklich mit Abstand... Letzter Sektor! Ach mein Gott, Alter! Sagen wir nicht zu. Ja, nach der letzten Runde hoffe ich, dass das hier ein bisschen was wird. Das war ja... Peinlich. Let's go! Oh, Lisa! Ich bin in der Aufnahme los. Schöner Tag für einen Maskenstand! Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, das würde ich nicht sehen. Ich krieg mir auch nicht. Trink mir auch nicht. Trink mir nichts, Alter! Mach schön weiter so! Es bleibt noch genug zeigen für die Yacht! Jetzt Fahr doch da vorne aus. Ja, ich war eben auf so einem schönen, äh... auf so'n schönen Platz vorne. Jetzt bin ich schon wieder so weit hinten. Das gibt es doch nicht. Und das zählt nicht! Ja, jetzt nicht wieder so weit hinten. Mann, das gibt's doch nicht. Ach, was soll denn das? Was soll ich denn hier machen? Die Stelle hab ich früher schon gedacht. Waren wenigstens zwei Seidys. Kann ich hier irgendwas reißen. Oh nein, die Stelle kenn ich. Hä? Als ob mich das so weggerissen hat. Ne. Seh ich nicht an. Dieses Spiel will nicht... Nein, ich bleib nicht ruhig. Ja, das ist... Ich weiß welche Strecke das ist. Das ist die Strecke, die ich nie zu Ende geführt habe. Weil, die ist zu schwer. Na, also für mich. Ja, wen willst du verarschen? Oh, Alter, ne. Schade, nicht ganz bis zum Ende geschafft. Ich werde nur sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.